Woran denkst du gerade? An Lily. Alles, was hier drin passiert hat, mit ihr zu tun. Sie ist immer noch ein kleines Mädchen. Ich hoffe es. Sie ist das wahre Opfer. Du hast mich im Stich gelassen, Papa. Es ist alles deine Schuld. Du bist ein Versager. Du hast dich von der Wahrheit abgewandt. Sie wollen mich aufhalten, aber sie haben versagt. Ich muss sie finden, bevor ihr etwas Furchtbares antut. Es ist alles deine Schuld. PS4 for the players.